Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Witch in Anruid Night. So. Ich will erstmal gucken, wachentechnisch, ob ich schon in der Lage bin, zu graiden. Ich glaube, nein, das ist Epic-Schwert. Was besseres wie das werde ich kaum haben. Oh. Oh, ich habe lauter Conqueror-Resorts. Das ist super gut. Ist das Schwert gut? Oh, fantastisch. 51. Das hat 43. Okay. Das hat 41. Das ist schlechter. Speer. Speer. Wie sieht es denn speertechnisch aus? So. 26. Ebenfalls 26. Aber der hat noch einen extra Effekt drauf. Und er ist legendär. Immerhin, das ist schon mal... So, und hier Powerful-Sinnful-Speer 1. Da muss ich was Besseres finden. Da muss ich was Besseres finden. Der ist ja super schlecht. Er hat 4 Punkte. Ich habe wirklich nichts mit 4 Punkten. Das ist richtig scheiße. Deswegen habe ich die ganze Zeit den lumpigen Lümmel ausgerüstet. Ne, das mache ich. So kann ich das nicht. Das geht so nicht. Conqueror-Resorts. Haben wir einen 4er. Das ist ein 5er. Da haben wir wieder einen 4er. Okay. Da habe ich... Ich habe lauter 4er. Super gut, aber... Der hat 39. Der hat 36. 36. Ja, ist ja klar, was ich nehme. So. Zweites Rüstungsset. Oh Gott, da habe ich noch die ganzen alten lumpigen Hämmer. Ne, 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 ne. Wir müssen jetzt hier mal richtig... Oh, damn it. Guck sich das mal einer an. Ein gorgeous Hammer. Okay. Perverser, simpler Hammer. Ja. 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 Mit dem fangen wir an. Dann brauche ich als nächstes einen Hammer mit 2. Okay, ich hätte hier auch die Axt mit 2. Ich will aber lieber die 3er Axt. Weil die ist wenigstens selten. Ne, die 4er Axt will ich dran haben. 2. Okay, wo war ich... Wo war jetzt hier der... Da. Aber ich habe hier... Den 2er und den 4er. Wenn ich daraus Axte mache. Ah, ne. Noch ein Hammer. 3. Okay, dann haben wir deinen mit 3. Der, aber der ist schon wieder scheiße. So, jetzt kommt die Axt. Und... Habe ich vielleicht noch einen... Jungen hier. Der hat 5. Er hat 5. Er ist selten. 21, 21, 21, 23. Äh, 23 hier. Bam. Hammer geil. So, und hier. Zauberei. Da, sehr gut. Schwarzer Katzenstab. Boah, shit. Spezial-Effekt. Oh, mit welchen... Will ich denn anfangen? Mit ihm hier an. Ich fange mit ihm hier an. Das war 5, nicht wahr? Also brauche ich jetzt einen mit 1. Scheiße, habe ich nichts. Ah. 1. Ich brauche was mit 1. Boah, so ein lumpiger Rattenstab. Das geht's doch nicht. Okay. Dann... Mit... Was mit 2 habe ich aber? Genau. Ihn hier. Und ihn hier. 27 und Schlaf. 25 und Schlaf. Dann brauche ich was mit 3. 26, 3, 25, doch, okay. Auch wieder klar. Und jetzt... Oh, mit 4. Das wird, glaube ich, schwierig. Da habe ich, glaube ich, gar nichts gesehen. Äh... Doch, hier. Äh, Vorstäbe. Ne, die kannst du vergessen, Alter. Vergiss es. Shitty Bug. Ja, nehmen wir hier einen Shitty Bug, so. Ja, richtig geil. Am meisten mache ich wirklich hier mit dem Waffenset Schaden. Optimistic Shroud. 2, 2, Yellow Blossom. Selten. Ist auch nur Abfall, was ich hier habe. Gut, da sind wir also jetzt wieder mal bestens ausgerüstet. Ne, das passt so. Das passt so. So, immer noch Chocolata Palace. Das hier unten. Ah, stimmt. Beim Chocolata fehlt. Da fehlt noch, äh, Teleporter, ja. Hier ebenfalls. Da haben wir 100. Sehr gut. 100. Da gibt es nichts. 100. Und 100. Ich liebe die 100. Sagt mir nämlich, dass ich da nicht mehr hin muss. Ah, cool. Okay, ja gut. Das wissen wir ja selber. Wir haben ja selbst gerade ein, zwei Äxte ausgerüstet. Oh, ey, ey, ey. Erstmal, lass mich mal gucken. Och, verdammt. Hier ist Treppe. Treppe, Treppe. Das war hier. Boah. Das ist so grausam. Okay, das war der Pfad, an den erinnere ich mich. Moment mal, da dieser Teleporter, der war doch noch... Da war eine Tür, oder? Der ist noch zu. Ich glaube, ja. Weil der führt da hin, der Teleporter führt da hin. Das wissen wir, das ist die Treppe. Ne, warte mal. Wir sind diese Treppe da hochgekommen. Diese Treppe ist die da, genau. Da sieht man auch noch ein Eck von der Treppe. Also müssen wir da auch noch irgendwie eine Treppe finden. Aber da, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir da... Ah, fuck it. Ja, Mistika da hochgekommen. Jetzt wird geschnetzelt und gemetzelt. Yes. Ja, woher kommen denn die ganzen Zecken? Bluda! Bluda! Die war aber schnell kaputt. Ach, das ist wunderbar. Jetzt können wir wieder schön viele Great Points sammeln. Wir haben wieder vollen Gekal-Pool. Und da drüben stand die Pflanzen-Lady. Nein! Nein! Ist zu! What? Okay, dann lass mich... Also habe ich das da unten doch schon geöffnet, wenn da eine Tür war. Aber hier geht es ja nicht weiter. Ah, okay. 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 Ja, komm. Geh fischen. Hm. Yes! Her mit den Punkten. Oh, ein Schwert. Danke. Das nehme ich auch sehr gerne mit. Ach, stimmt. Sie hat uns ja auch gesagt, wir müssen die fünf ähm... Fünf Relikte zerstören. Monumente. Und wir haben ja schon drei. So, nach unten. Hoffen wir mal wirklich, dass das... jetzt offen ist da. Das war's für dich, Fledermaus. Das war's für dich. Na, sei doch, ne. Ich traue dich! Ja, dein Schatz. Ai, nee, nee! Was ich wirklich für dich? Was ich gehört habe? . Nein! Was ich gehört habe? Nein, du wirst es niemals schaffen. So, das war's für sie. Mit ihrer scheiß Herzattacke. Oh, das ist so super. Jetzt lass mich raten, damit öffne ich die Tür, um hinten wieder weitermachen zu können, oder was? Okay, man hat's nicht gesehen. Aber ich glaube doch, die Tür zum nächsten Stockwerk ist offen. Nein, vergiss es! Sie wollte schon wieder, ich hab's ganz genau gesehen, sie wollte schon wieder mit Herzen werfen. Bis zum nächsten Mal. Ja, da war's. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg hier. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Mann, jetzt hüpfst du auch nicht die ganze Zeit weg. Oh. Zoom-Out. Oh, jetzt sind wir da unten. Das war erste Ebene, zweite, dritte, tatsächlich, vierte. Ach, fuck. Nein, du wirst es niemals schaffen. Ach, mehr, du Luder. Okay, da ist noch eine. Das riecht ich doch. Ah, nein. Eine Menge Weed-Gum. Cool, wirklich in jeder Ecke ist hier eine Kiste mit Weed. Ich höre es bummern, hier ist irgendwo eine Pille, äh, Piller. Oh. sehr schön das habe ich gut aufgedeckt so so als wenn ich wieder knüppelvoll kann das elend schon wieder weitergehen ein hebel ein hebel sie verkehrt was auch immer eröffnet das wird super okay zwei auf einen streich jetzt mein gott nicht mehr sie alle nieder eine blume ja okay hier ist noch zu habe ich da irgendwie was vergessen ja 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 was öffnet jetzt dieser hebe auf mich da drüben die tür genau jetzt ist das offen wo gehen wir lang links oder runter ich entscheide mich mal für unten come on hundred night zeig mir was in dir steckt das ist schon länger her aber ich hatte wirklich eine riesige unglaublich riesige zecke am fuß ohne flachs ich hatte eine zecke am fuß und die hatte sich schon so voll gesaugt mit blut hier ich habe das gar nicht gemerkt seit wann gehen zecken an den fuß die schneppe nein sie macht herzattacke gerade noch mal so nein alle wollen sie mich verführen vergisst es was ich bin ich bin die treppe und ich bin diese hier hochgelaufen und bin jetzt hier rausgekommen das ist die treppe die für dahin die zwei sind da verbunden dabei so 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 er ja 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 Noch ein Hebel! Was willst du jetzt öffnen? Okay, irgendwas da hinten hat sich geöffnet. Gucken wir mal. Aber 80 Prozent, wir haben schon... Wir sind auf einem sehr guten Weg. Okay, jetzt hat sich die Tür geöffnet. Ich will hier eigentlich jetzt nicht reingehen, weil ich Angst habe, dass jetzt gleich Ende kommen. Und finaler Bosskampf und dann... Adieu, bye bye und auf Wiedersehen. Noch ein Hebel! Okay, ich sehe wieder nichts. Es ist noch zum Mäuse melken. Jetzt ein Hebel. Ja, ich sehe ihn noch an. Ich sehe ihn noch einen Kuss! Nichts halt. Es ist noch nicht so einfach. Ich sehe ihn noch einen Kuss. Ich gehe ihn noch nicht. Ähm, das ist... Genau, okay, das waren alles Hebel. Oh, was hat er getan? Oh, er geht wieder in der Treppe. Hoch oder runter? Es geht runter. Oh, ich hab Hoffnung. Äh, wo sind wir denn? Nee, ich wollte eigentlich da oben hin. Ähm, das ist... Noch mehr Weed. Oh, scheiße. Und hier geht nochmal eine Treppe runter. Was ist denn hier faul? Vielleicht komme ich jetzt zu dem Schatz. Hä? Ach, hier ist auch eine Kiste. Ich bin eigentlich die ganze Zeit da zu dieser Kiste. Aber gut, ich nehme diese natürlich auch. Ah, okay. Jetzt sind wir da, wo die Pflanzenfrau stand. Happiness Spirit Alpha. Cool. Ist doch richtig, oder? Dieses komische, verschnörkelte A ist doch immer das Zeichen für Alpha. Ähm. Okay, ich muss mich... Das führt da hin. Das führt da hin. Okay. Ich könnte mal wieder eine Pille gebrauchen. Mann. Uh, sehr gut. Äh, nee. Quatsch. Nein. Andere Seite. So. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Oh, das saugt ganz schön Arsch. Ey, guck dir das an. Da rieseln meine Punkte nämlich nur noch so runter. Ich muss unbedingt zurück. Jetzt wird's nämlich echt kritisch. Oh, Kippo. Oh, Kippo. Hä? I wonder what'll happen. Ja, das ist doch nicht die erste, die ich schon zertrümmere. Das ist... Die vierte. Ja. Ja, genau. You destroyed four forbidden monuments. Äh, monuments. Nur noch eine einzige brauchen wir. Und dann öffnet sich das Tor zur Hölle. Und... Die Untoten kehren zurück auf die Erde. Und alles ist im Arsch. Äh... Okay, das war der Pfad. Ich muss nach unten. Oh, ich hab kein Bock jetzt auf Zacken. Oh, ich hab kein Bock jetzt auf Zacken. Aber die nächste Pillar ist da hinten. Ja, ich brauch aber... Scheiße, das ist schon wieder eine Tür. Nee, ich muss zurück. Ich brauch erst mehr Punkte. Get out of my way. Lass mich hier mal durch. Du lebst auch noch. Das Kronleuchter. Ähm, rechts. Ja. 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 So, jetzt bin ich... Genau. Sehr schön. Nein! Oh, habt ihr das gesehen? Ich bin im Herz ausgewichen. Das war Hammer. Yeah. Noch einmal Musical Doge, weil ich es einfach kann. Ich hab's drauf. Bam! Spiel. Nein! Wo ist sie? So. Darf ich jetzt mal in aller Ruhe... ...zur Pillar latschen und mir erst mal Punkte holen? Was? Warum sind denn so? Sp эксп派? Hm. Warum, wenn ich gleich sagen kann, mehrere Punkte. Dass man irgendwie so einen Dialog kriegt. Und dann kann man auswählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, man muss wirklich jeden Punkt einzeln. So. Jetzt darf ich alles wieder zurücklatschen. Oder nee, wir laufen einfach hier gerade durch. Da ist ja auch noch ein Weg, wo irgendwas hinführt. Oh, das ist eine Einsteig, Treppe. Oh, ich bete, ich bete. Dass es zu der Schatzkiste hinführt, die ich schon die ganze Zeit haben will. Yes! Ich bin da oben. Juhu! Wattende Geburt. Die Flower Shroud 3. Ausrüsten. Ausrüsten. Wo ist das? Die Flauschung. Und was ist das? True Ninja. 35, 38. Okay, dann macht das nur so Sinn. Wobei, ich will mal die Werte. 2, 15, 0. Und meins hat 2. Okay, da ist es auf jeden Fall besser. Und da haben wir 0, 5, 5. Also alles gleich bis auf das. Deswegen so, passt. Wunderbar, alles klar, wir können gehen. Äh, Moment mal. Kann ich mal kurz in die Wampe glotzen? dieser... Happy, Happy Spear. Den hab ich schon. Equipment. Äh... Happiness Spear. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yay. So gefällt mir das. Wir werden einfach immer stärker. Ah, das ist so gut. Jetzt ist da oben wirklich alles fertig. Und da haben wir hier... Das haben wir auf jeden Fall alles durch. Das führt... Dahin. Das geht da. Nee, das... Das war der. Scheiß. Die Treppe für dahin. Okay. Okay. Oh, schon wieder. Wenn sie mal wenigstens für ein paar Minuten länger wegbleiben würden. Nicht so... Oh, das ist so gut. Skill, meine Lieben. Skill nennt man das. Und davon hab ich einfach viel zu viel. Fall um. Okay. Wer war das? Wer hat dieses Lied gesungen? Ich bin eine Blume. Muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich diese Pflanzen hier sehe. Ich bin eine Blume. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat das gesungen? Ein total lustiges Lied. Vielleicht kennt ihr es. Ich bin eine Blume. Getroffen. Von einer Blume. Ja, komm. Dann mach ich das noch einmal voll. Okay, wenn ich jetzt mal so... Mal gucken. 90%. Das könnten wir tatsächlich schaffen. Da könnte ich ein paar Punkte auf Angriff legen. Ja. Zwei Punkte bewahre ich mal noch in der Hinterhand. Ich habe meine flavor. Okay, muss ich einfach nur gerade durchlunchen. 1A. Ja, ja, ich weiß. Blöde Hexe. Krass. Nein! Herzattacke, aber nicht. Was? Gegen die Wand geschossen. Oh, diese letzte Attacke mit dem Speer, die ist super. Zack, auch wieder gegen die Wand geschossen. So. Diese Türe ist noch dazu. Oh! Yes! Let's go to the top floor. Yeah, wir haben alle 5 gefunden und zerstört. Och man ey, wo muss ich denn... Immer so viele Wege. Ah, sehr gut. Ah, okay. 92%, sieht gut aus. Da ist noch eine Kiste! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Staff 3! Oder Staff. Okay, wir haben jetzt da die Tür geöffnet. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Gute Idee! Hab ich gut gemacht! Ach, vor Freude laufe ich dreimal um diese Kiste. Und einen Bauchstein kriege ich. Na das wurde aber auch Zeit verdammt nochmal, weil mein Bauch ist nämlich randvoll. Ich kann nix mehr mitnehmen. ... ... ... ... 96% Das haben wir gleich Gleich haben wir es Boah, ich höre es bummern Ich höre es bummern Das wird die letzte Pillar vor dem Bosskampf sein Und dann werden wir der Rothaarigen Blumenkönigin oder was auch immer sie ist So richtig Die erlebt gleich ihren zweiten Frühling Wenn wir mit ihr fertig sind Sehr schön Malin Diese Folge ist hiermit Mal wieder am Ende Ich weiß, ich weiß Schon wieder zu lang Oder zu kurz Für die einen zu lang Für die anderen zu kurz Dann kann es niemandem recht machen Aber Nächste Folge Bosskampf Blumenlady Wenn ihr sehen wollt Wie ich hier mit meinen Awesome Gamers So richtig Jedes Blättchen einzeln ausreiße Dann Schaltet das nächste Mal wieder mit ein Würde mich freuen Und Bis dahin Bedanke ich mich Fürs zugucken Und wünsche jetzt noch Einen schönen Tag Einen schönen Nacht Geht auch mal raus Sonne scheint Und ich hab keine Zeit Ich muss hier spielen Aber wir sehen uns hoffentlich In der nächsten Folge wieder In diesem Sinne Macht das gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Nice Oh jetzt Bosskampf Gegen die heiße Blumenlady Ich will ja nicht wehlen Aber ich muss Ich will ja nicht wehlen